Und weil das Spiel jetzt so schnell rum war, hast du jetzt noch die Challenge, schnell zum Flughafen zu kommen, in 30 Minuten mit dem Auto, in einer Stunde zu rennen? Ich muss ja jetzt für die Siegerehrung bleiben. Du darfst, ich glaube es gibt auch Preisgeld. Ja, ja, und dann wird es definitiv knapp, aber ich hoffe, ich werde es schaffen. Bis Fort Lauderdale bist du dann zurück. Glückwunsch und dir weiter gute Genesung und bis zum nächsten Mal. Danke euch. Danke, merci. Danke.